yo hey leute was geht ab und willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal ich habe vor geringer zeit ein video von corncrafter gesehen der hat eine reaction gemacht zu den senioren zocken es ist ein kanal auf youtube den ich persönlich mega feiere und ich habe gesehen dass die opas gta 5 zocken und dachte ich mir mache ich mal eine reaction dazu das ist übrigens meine erste reaction also wundert euch nicht falls das noch nicht super krass ist wie bei unge oder was der so jeden tag eine reaction oder was macht ich bin auf jeden fall schon mega aufgeregt freue mich drauf wenn euch gefällt dann lasst auf jeden fall ein like da und schreibt mir in die kommentare wenn ihr andere idee habt für videos die ich reagieren könnte auf jeden fall ich freue mich schon mega drauf schaut auf jeden fall schon mal lukas video an das findet ihr unten in der video beschreibung und ja würde ich sagen labern wir nicht lange rum sondern fang direkt an ok leute ich möchte euch erstmal sagen dies ist meine erste reaction also wundert euch nicht dass ich so ein bisschen komisch bin und es nicht wirklich professionell ist so leute würde ich sagen fangen wir einfach mal direkt an ich glaube ich muss also hier haben wir schon mal ja also cooles intro auf jeden fall grand dead auto alles klar also das heißt nicht grand theft auto leute sondern grand red auto also ihr habt es gehört der manfred hallo manfred franzlin 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 hey du jo er macht er manfred macht franklin erst mal direkt an als franzlin und hey du ich weiß nicht ob ihr es gehört der thilo hallo thilo oder boxe direkt wenn ich gas gemacht da was wenn ich brenne Da muss ich ihm allerdings recht geben. Also als ich das erste Mal GTA 5 gespielt habe, sah es ungefähr so aus. Ich will wissen, wie das aussieht, wenn er mit dem Kopf in den Fernseher reinkriegt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen. So, und wie fühlt sich das so an, das Spiel? Oh! Also, sorry, ich will dich echt nicht auslachen, das war einfach nur eine mega funny Szene, Alter. Also, eine Antwort kriegt der, der hinter der Kameramann steht. Also, der Kameramann kriegt auf jeden Fall keine Antwort. Der boxt ihn. Jetzt aber, jawohl, jetzt ist er über den Ding. Jetzt ist er draußen. Jetzt ist der andere drin. Jetzt aber eins drauf, jawohl. Jo, oh. Hey, der ganze Briefkasten liegt durch die Lücke. Na, das ist ja auch was. Jo. Am Anfang tut es nur weh. Oh, jetzt bekommen sie Ausfragen. Ah, da Georg. Da hinten haben wir einen. Ich hoffe, dass wir nicht wegfahren da. Dann kann ich den Fahrer da einfach rausnehmen, oder was? Ein Auto brauche ich jetzt. Das schnapp ich mir einfach so. Da vorne steht da schon einer. Ich glaube, ich warte mal lieber am Dörersteig. Geh da mal hier schön brav. So, stopp. Steigt mal ein. Steigt mal ein, ist gut. Ein Pass. Das stimmt. Steigt mal ein, ist gut. Um ganz freie Taste drücken. Er hat es geschafft. Ja. Ich gratuliere. Ja. Der macht, was er will. Halleluja. Jetzt aber, jetzt geben wir Gas. Ja, jetzt muss man Gas geben. Na, wieder aussteigen. Das ist ja schon wieder draußen. Also, nee. Ja, also wirklich. Also, nee. So, jetzt aber los. Jetzt aber los. Na, erstmal ja. Das wackelt hier. Das wackelt. Ich glaube, der explodiert, der Wagen. Also, merkt euch, Leute. Ihr dürft niemals die Reifen durchdrehen, sonst explodiert der Wagen. Jetzt fährt. Ui. Stopp. Oh. Jetzt rechts rum. Zack. Ui. Ui. Ja, ich lasse euch hier erstmal alles ziemlich ungeschnitten. Und die Facecam ist ziemlich klein hier. Aber scheiß drauf. Ich finde, es geht eigentlich. Ich tue zwar jetzt gerade ein bisschen das Seniorenzocken-Logo da am Videorand überdecken. Hier. Hier seht ihr es mal. Also, extra da. Habe ich euch gemacht. Hier. Ich würde sie festgeben. Wieder rüber. So. Weiter geht's. Das ist ja wie auf dem Rummel. Das ist ja Wahnsinn. Also, wenn das wie auf dem Rummel ist, dann weiß ich nicht, auf welchen Rummel ja geht. Also, diese Spiele, glaube ich, dann ist ich sie nicht für meine Finger. Das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt kommt eine zweite Aufgabe. Ein Besuch im Stripclub. Oh. So, was für einen Club? Ein Stripclub. Ich habe so Sachen mit Strips, die es mir zu tun gehabt. Das weiß ich nicht. Was für einen Club? Ein Stripclub. Stripclub, ja. Schön, ja. Ja, ja, schön, ja. Mit dem Auto? Oh Gott, das will. Da komme ich ja nie an. So. Habe ich jetzt ein Navi da drin, ja? Ach so, Gas geben. Einfach nur Gas geben und in die Hecke rein. Er muss nur geradeauswand. Er muss nur Gas geben. Oh, schade an den Schritt. Haben ich mit reingemacht. Wenn keiner kommt. Links rum. Richtige Spur auf jeden Fall. Oh. Oh, jetzt gibt es Stress. Ja, jetzt verteidigt er sich hier ordentlich. Yeah. Georg, Georg. Scheiße. Oh, also hier, solche Kraftwörter hier. Es gibt es ja, Mann. Jetzt muss ich rückwärts fahren. Ah. Zack. Ui. Er fährt rückwärts die Straße lang. Das wäre ja wahr. Das können wir auch machen. Oh. Oh. Er soll aufs Navigationssystem gucken und er sagt es ihm extra noch. Er guckt gar nicht drauf und fährt geradeaus weiter. Also, das soll jetzt keine Kritik sein oder nicht böse gemeint. Ich finde es einfach nur lustig. Yo. Ah. Zahle. Der Georg macht ja weiter. Also, das ist vielleicht einer. Ja, will direkt am Stripclub anfangen. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen. Äh. Das war, glaube ich, der Manfred. Wenn ich richtig bin. Ich hoffe es. So, weiter hier. Wo haben wir denn jetzt hier? Ring of Fire. Chili Holes. Nein, da wollen wir ja nicht hin. Oh. Alleine. Halt. Ja, mein lieber Herrgesangsverein. Ja, ein Foul. Ja, ich weiß, dass ich ein Foul bin. Du Knalltüter. Ich würde ja zehn Autos kaputt fahren. Auf dem Weg dahin. Ah, warum geht denn dieses scheiß Auto? Muss das da gerade stehen? Wenn ich da hin wäre? Ja, das scheiß Auto, dass er immer stehen muss, ey. Beinahe hätte ich einen Rentner umgeraht. Also, wenn ihn rennt, dann so rennt. Respekt. Ach, rechts willst du wieder. Mein Gott, du schickst einen aber auch in die Wallachai. Da war ich doch schon mal ein Harni-Girl. Yes. Hello, girls. I am here. Yo, das war echt geil. Also, ähm, ich weiß ja leider nicht. Ich bin ja von der jüngeren Generation. Ich weiß nicht, äh, was da früher so abging. Aber er kann auf jeden Fall irgendwas. Also, Respekt an Manfred, wenn du denn so hießt. Korrigier mich bitte. Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Äh, wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal, ähm, andere, ähm, Reactions mache, zu anderen Videos, entweder von Senioren zocken oder was auch immer, schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr weitere Videos wollt, äh, mit den Senioren oder einfach irgendwelche anderen Reactions, falls euch dieses Format, ist ja kein wirkliches Format, wenn ihr wollt, kann ich natürlich weitere Videos machen und daraus könnt dann ein Format werden. Wer weiß. Äh, wir werden es sehen. Schaut auf jeden Fall nochmal euch Lukas' Video an. Ihr findet es auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten schaut auf Ihrem Kanal vorbei, den findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall mega Respekt an die Senioren, dass die sich, ähm, an sowas überhaupt rantrauen, in Technik und sowas. Wenn ich meiner Oma oder meinem Opa, äh, so eine Konsole in die Hand geben würde, oder einen PC, ich glaube, die würden sich damit gar nicht zurecht kommen. Also echt Respekt, dass ihr das beim ersten Mal direkt so gut hinbekommen habt. Und, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Teilt das Video mit euren Freunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.